Hallo zusammen, wir sind gerade bei VDL Container Systeme. Neben mir ist die Frau Daniels und wir werden heute ein Interview mit ihr haben. Ich freue mich schon. Frau Daniels, wir sind ja hier mit dem VAK zusammen beim Social Media Projekt. Wie wichtig sind Social Media in Ihrem Unternehmen oder in Ihrer Branche? Das ist für uns noch etwas Neues, aber das wird ja immer wichtiger. Denn es gibt ja die jungen Leute, die, wenn die klein sind, für die jungen Leute ist das normal, uns nicht so, wir müssen das alle lernen. Aber die Jugend, das sind unsere neue Kunden in Zukunft und Kollegen. Ich glaube Social Media wird ja immer wichtiger. Und welche Kanäle benutzen Sie momentan? Noch nicht so viel, denn VDL hat ein Hauptkantor mit allen sozialen Medienkanalen, wie Website, YouTube, Twitter, LinkedIn. Das ist wie Xing in Deutschland. Okay. Wir sind ja hier gerade auf der IFAD. Welche Produkte stellen Sie denn dieses Jahr hier vor? Ja, wir sind Mitaussteller dieses Mal mit VDL Translicht. Das ist eine Schwesterfirma von VDL. Wir haben unseren Absatzgeber mitgebracht. Das Spezielle von den Absatzgebern hier ist, dass es eine Verklebung ist. Das System ist verklebt mit dem Fahrgestell. Das ist etwas Neues. Heute Mittag ist die Innovation Hour und damit nehmen wir auch Teil mit der Klebeverbindung. Aber wir haben natürlich noch mehr mitgebracht. Wir haben einen April Kipper und die fährt im Druck in Action. Okay, dann wünschen wir Ihnen heute Nachmittag schon mal viel Glück. Und wo sehen Sie Ihr Unternehmen in zehn Jahren? Wir hoffen und dafür arbeiten wir auch, dass wir Waldführer sind in Europa. Ich denke, mit denen wechseln Sie sich nicht. Was ist die Zusammenarbeit mit dem VAK? Sind Sie zufrieden? Was für Nutzen ziehen Sie darauf? Ja, mittels der VAK haben wir Resonanz mit dem Fahrzeughersteller. Das ist das Wichtigste für uns. Denn VAK organisiert Kongressen und, wie heißt das? Meetings. Meetings, richtig, ja. Mit allen Informationen von allen Seiten in unserer Schweiz. Das ist für uns das Wichtigste. Und natürlich auch, dass wir teilnehmen können mit Druck in Action. Das ist für dieses Jahr auch sehr schön. Das war's auch schon, Frau Daniels. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für unser Gespräch genommen haben. Dann wünschen wir Ihnen noch eine erfolgreiche IFAT. Ja, danke sehr. Und Sie haben ja viel Erfolg mit diesem Projekt.